Sturm der Liebe Fans, aufgepasst! Mal wieder ist einer eurer Stars hier und ich freue mich sehr, sie ist eine tolle Schauspielerin. Mervet Schaak hier. Wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's gut, danke dir. Ich bin in meiner Garderobe. Was ist für dich das Schönste an deiner Garderobe? Mein Alpaka hier und diese Hose in der Hantel. Und warum? Ich liebe Alpakas, das habe ich auch geschenkt bekommen. Diese Hantel war hier schon und die glitzert so schön und rosa und ich mag rosa und dann mache ich ab und zu mal Squats, aber nur so zwei, drei Stück. Was eint dich denn mit deiner Rolle Shirin? Was habt ihr gemeinsam? Also auf jeden Fall, dass wir beide Beauty lieben, unsere Herkunft. Ihr seht euch sehr ähnlich. Wir sehen uns sehr ähnlich, ja. Unser Temperament ist sehr ähnlich. Wir sind sehr gute Freundinnen, ich bin auch sehr gute Freundin, ich kann auch sehr gut zuhören, Ratschläge geben und so, das mag ich auch ganz gern. Und würdest du privat mit Shirin abhängen oder wäre das eher schwierig? Ich würde schon privat mit ihr abhängen, aber Shirin ist manchmal mit Vorsicht zu genießen. Also ich bin mit ihren Racheplänen und so, da muss man schon aufpassen manchmal. Ich nehme an, bevor du Shirin gespielt hast, waren da ein paar Castingrunden vorher? Ja, genau. Ich wurde ursprünglich für eine andere Rolle gecastet. Ich nehme an, es ist ein Geheimnis, deswegen verrätst du jetzt nicht welche. Ja, genau. Und wie waren die Castings so? War das was Besonderes für dich oder war das außergewöhnlich? Ja, sehr. Also es beginnt mit einem E-Casting. Das war ganz unspektakulär, so wie alle E-Castings halt. Und dann wurde ich dann zum Live-Casting nach München eingeladen. Ich komme ja aus Hamburg und das war alles ziemlich spontan. Ich habe die Einladung bekommen, habe sofort meinen Koffer gepackt, bin nach München, habe dann im Hotel übernachtet, hatte dann das Live-Casting hier auf dem Bavaria-Filmgelände. Und das war richtig, das war schon echt heftig für mich, weil ich vorher halt nur Kurzfilme gedreht hatte und dann aus dem richtigen Produktionsgelände zu sein. Und dann bin ich nach Hamburg, dachte so, jetzt habe ich es hinter mir. Jetzt muss ich nur noch auf eine Antwort warten, aber nichts da. Dann gab es einen Recall. Ich musste nochmal nach München, nochmal zum Casting und dann gab es erst die Entscheidung. Lass uns mal zu dieser ersten Nacht vor dem ersten Casting sprechen. Da sitzt, liegst du also plötzlich in einem Hotel in München. Konntest du in Ruhe einschlafen oder warst du hardcore nervös? Nein, ich kann immer gut schlafen. Ich konnte sehr gut einschlafen. Ich bin erst um vier Uhr nachts angekommen und habe dann noch unterwegs, also ist mir aufgefallen, dass ich meinen Koffer vergessen habe, musste dann noch vorher zu Rossmann und mir Schminke holen und so. Ich hatte nichts dabei. Klingt sehr, sehr abenteuerlich. Da bist du also um vier ins Bett und wann warst du auf dem Bavaria-Filmgelände dann? Ich hatte ein Glück, ich war die Letzte. Ich war um zwölf Uhr irgendwas dran, also bin ich um zehn Uhr, elf Uhr los. Also ich hatte noch einigermaßen gut Schlaf. Okay und jetzt, viele von uns werden ja nicht das Glück haben, mal bei einem Casting für eine sehr erfolgreiche Telenovela dabei zu sein. Hast du dann so eine richtige Szene oder hältst du einen Monolog, spielst du allein oder mit jemandem zusammen? Wie läuft sowas? Also man bekommt vorher ein bis zwei Szenen zugeschickt, die lernt man dann. Und dann hat man vor Ort einen Spielpartner, also war das zumindest hier. Und dann spielt man die Szenen und hier gab es noch einen, das nennt sich Cold Reading. Da bekommst du dann, nachdem du die ein, zwei Szenen gespielt hast, vor Ort eine neue Szene. Die lernst du auch innerhalb von ein paar Minuten und spielst sie dann nochmal mit einem Partner. Und dann sitzt da der Regisseur, der auch mal Regieanweisungen gibt, die Produzentin, Junior, Producer und gucken dann alle zu. Oh krass, Cold Reading. Hattest du erwartet, dass das passiert oder war das eine Überraschung für dich? Das war überraschend für mich, aber es hat funktioniert. Okay und als der Recall kam, warst du da gerade Hamburger Hauptbahnhof, bist gerade ausgestiegen oder hast du es schon ein bisschen weiter geschafft? Nee, ich war schon zwei, drei Tage in Hamburg. Ich war, um genau zu sein, auf der Arbeit und habe dann vier, fünf verfasste Anrufe von meiner Agentin gesehen. Und hat dein Herz schon gewusst, was sie dir sagen wollen würde? Ja, ich dachte aber, es ist eine Zusage und keine Einladung zum Recall. Oh Mann, und dann hat es ja letztendlich geklappt. Wann wurde dir denn Shirin vorgestellt, dass du sie spielen würdest? Ende August. Welchen Jahres? 2020, Ende August und Mitte November habe ich angefangen. Wie ist das so, wenn man dann so die, ich nehme an, du kriegst da so eine Kurzbiografie von der Figur und kannst du da immer noch sagen, ach, das oder das wäre doch viel cooler? Oder nimmst du das einfach und sagst, yeah, ich bin Shirin? Nee, ich habe das schon angenommen und bei mir ist auch vieles erst mit dem Spielen entstanden. Musstest du dich an manche Sachen gewöhnen bei der Figur? Ja, also Shirin ist um einiges selbstbewusst als ich und da musste ich dann an mir arbeiten, dieses Selbstbewusstsein rüberzubringen. Und seit Staffel 17 bist du dabei. Ich lese mal kurz aus dem Lebenslauf von Shirin. Shirin hat den größten Fehler ihres Lebens begangen. Sie hat mit dem Verlobten ihrer besten Freundin Maya geschlafen. Eigentlich entspricht das überhaupt nicht dem gutmütigen Charakter von Shirin, die von einem eigenen kleinen Beauty-Salon träumt. Sie kommt in den Fürstenhof und tut alles dafür, dass Maya ihr verzeiht. Würde es ihr gelingen, die Freundschaft zu kitten? Ich bin da ganz guter Dinge. Wenn du das jetzt so hörst, ist Shirin heute noch so oder hat die sich doll verändert? Also sie ist auf jeden Fall schon noch so doch. Also sie ist ja immer noch die gute Freundin und hat weiterhin Träume und dieses gute Herz, das hat sie ja immer noch. Sie ist ja wirklich ein sehr gutmütiger Mensch. Und sie ist ja schon einen ganz schönen Weg gegangen. Angefangen als Angestellte im Beauty-Salon, dann Zimmermädchen am Fürstenhof, jetzt Beauty-Bloggerin und Teilhaberin im Beauty-Salon. Beauty ist ja bei ihr hart in die DNA rein tätowiert. Das heißt, machen dir dann die Dreharbeiten vielleicht ein bisschen mehr Spaß, weil du Beauty auch magst? Oder ist das schon knallharte Arbeit? Ja, doch. Also mir machen die Dreharbeiten auch so Spaß. Aber ich privat liebe ja auch Beauty. Und dann so einen eigenen Beauty-Salon zu haben und so, das finde ich schon ganz cool. Du hast mal vier deiner Lieblingsfilme und Serien angegeben. Ich möchte kurz mit dir durchgehen, ob das nach wie vor der Fall ist. Ja. Wir legen los. Shutter Island. Warum? Also erst einmal ist Leonardo DiCaprio mein Lieblingsschauspieler. Und was ich an dem Film mag, ist, dass da so viel offengelassen wird. Und bzw. das Ende. Man weiß nicht, ob er wirklich verrückt geworden ist oder nicht. Und das beschäftige ich mich bis heute. Und man muss halt viel nachdenken. Das mag ich dann auch ganz gern. Manchmal. Manchmal. Nicht immer. Ich teile das. Deswegen trage ich Leo heute auch auf dem Shirt. Stimmt. Ich erst jetzt. Sehr, sehr jung. Und tatsächlich bei Shutter Island saß ich im Kino und habe einen Kumpel, mit dem ich da war, nach fünf Minuten das Ende geflüstert. Und er so, niemals. Und dann am Ende guckt er mich nur so an. Warum wusstest du das? Habe ich ihm natürlich nie verraten. SpongeBob, Schwammkopf. Ja. Gucke ich jeden Tag. Wie kommt's? Also ich liebe den Schwamm auch. Aber wie kommt's? Ich weiß es nicht. Das war wirklich so ein Magic Moment, so würden wir das hier bei Sturm der Liebe nennen. Das lief damals auf Super RTL. Und ich habe viel Super RTL geschaut und habe die erste Folge gesehen und war sofort in love mit SpongeBob. Ich finde den Humor super. Es ist zwar eine Kinderserie, aber nicht so kindlich, dass es Erwachsene nicht schauen können. Ich finde, das kann wirklich jede Altersgruppe sehen. Tribute von Pane. Ja, das mag ich auch immer noch. Jennifer Lawrence ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Groß. Auch die Figur. Ja. Und ich mag das, dass man da in so einer anderen Welt ist. Und ich finde, es spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie unsere Welt ist, aber natürlich übertrieben gesagt. Und weißt du noch, welcher der vierte Film war, den du da angegeben hast? Lass mich überlegen. Shutter Island. Tribute von Pane. SpongeBob. Ziemlich beste Freunde. Das ist wirklich mein Lieblingsfilm, nur ist mir nicht eingefallen. Ich mag diese Mischung aus emotional und komisch. Die war super. Wie schön wäre das gewesen, wenn vielleicht sogar eine Frau eine wichtige Rolle in diesem Film gespielt hätte. Aber man kann nicht alles haben. Aber es gibt ganz wunderbare Szenen halt bei dir, bei Sturm der Liebe. Und ich möchte über eine mit dir sprechen, die ist ganz wundervoll. Du hast sie zusammen mit der wunderbaren Christina Ahrens gespielt. Ich weiß, du hast vier Millionen Szenen wahrscheinlich mittlerweile gespielt. Ich versuche sie dir wiederzugeben. Christina ist da, die macht irgendwas, bügelt oder so. Und du kommst rein und du telefonierst wütend und sprichst auf Türkisch. Und du bist wirklich entnervt und verstehst überhaupt nicht, wie die Person an der anderen Leitung das nicht verstehen kann. Und dann guckst du zu ihr und machst so, oder? Und sie versteht aber natürlich kein einziges Wort von dir. Und das liebe ich einfach, dass das eben auch dann durchgezogen wird. Dass die Figuren bei Sturm der Liebe eben einfach so sein dürfen. Dass dann auch nicht eben die Szene auf Deutsch ist oder du so wechselt oder untertitelt. Das fand ich toll. Was hast du gedacht, als du das im Drehbuch gelesen hast, dass du da die Szene in Türkisch machen darfst? Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, also mir bringt das sehr Spaß dann, dass ich hier auch ein bisschen was Türkisches spielen kann. Sei es halt Türkisch sprechen oder auch, Sivin kocht ja immer Türkisch und so. Das gefällt mir schon. Und jetzt ist das aber auch schon eine ganze Weile her. Konntest du dich jetzt wirklich an die Szene noch erinnern oder ist das zu viel, was du so gedreht hast? Doch, das habe ich sogar als Showreel genommen, weil ich da Türkisch spreche. Und was ist noch eine Szene, bei der du sagst, oh, die hat richtig viel Spaß gemacht? Boah, da gibt es viele. Oder fällt dir spontan eine ein, bei der du denkst, oh, das ging aber ganz schön an die Nerven. Egal in welcher Form. Ja, also auf jeden Fall die Wasserszene. Ich bin ja hier schon ein paar Mal nass geworden. Es bringt zwar wirklich Spaß, aber es ist vor allem, es ist nicht immer warm. Und dann ist es schon echt sehr anstrengend, körperlich. Warum hast du dich überhaupt fürs Schauspiel entschieden? Das hat in der Schule angefangen. Da hatte ich Theaterunterricht und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ich möchte das beruflich machen. Und wie kam es dazu, dass du überhaupt da gesagt hast, ich probiere Theater aus? Oder hat jemand gesagt, probiere das mal? Nee, wir hatten so Wahlpflichtfächer und da waren alles so, also da war, ich weiß nicht noch ganz genau, Computerkurs. Ich habe bis heute keine Ahnung von Technik. Zirkus, ich bin übelst unsportlich. Und noch so ein paar andere Sachen, wo ich wusste, das ist nichts für mich. Und Theater war so ausweich. Damit könnte ich noch eher was anfangen. Und da habe ich das gewählt, bin auch in den Kurs reingekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das liebt und ich richtig, richtig viel Spaß dabei habe. Und glücklicherweise, denn sonst wären uns ganz viele tolle Szenen zwischen dir und Johannes Huth auch entgangen, der ja den Gerry spielt. Der war ja auch vor kurzem hier zu Gast und ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass ich mich freue, dass eben Gerry auch eine Liebesgeschichte kriegt. Ob die erfüllt wird oder nicht, ist ja so ein bisschen sehr spannend, weil ich erinnere mich an zerstörte Torten, falsche Zebrastreifen, vorm Kino stehen gelassen. Da ist ja so viel los und natürlich darfst du jetzt nicht verraten, wie das ausgeht. Aber wie ist diese Storyline für dich? Macht dir die Spaß oder ist das hoch konzentriert? Nein, es macht mir extrem viel Spaß. Also erstmal mit Johannes zu spielen, ist schon mega. Wir beide sind voll so. Voll auf einer Wellenlänge. Das funktioniert super. Und die Geschichte mit Gerry und Shirin war von Anfang an so, wo ich dachte, wow, wie geil. Also ich bin rundum zufrieden. Wer mehr von Shirin und all den anderen Figuren bei Sturm der Liebe sehen will, hat dazu natürlich Montag bis Freitags Zeit. 15.10 Uhr auf der ARD oder jederzeit in der ARD Mediathek. Heute zu Gast, Mervet Schark hier. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie, 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 nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Du hast noch eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Und für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und dazu gehört, die Welt auch zu entdecken. Na klar, haben wir durch das Internet unglaubliche Möglichkeiten und können uns überall umgucken. Aber geht mal wirklich hin. Lernt die Leute kennen. Weil Menschen sind für gewöhnlich ganz wunderbar. Vor allem, wenn man einfach mit ihnen spricht. Und nicht nur sagt, ich habe gehört, die Leute da und dort, die sollen gar nicht so nett sein. Wenn ihr diesen Glauben verfallt, dann hört euch mal um, was man über die Deutschen sagt. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr, zurück in der Web-Talkshow. Und jetzt die Abschlussworte von Merve. Bis dann. So, liebe Leute, wenn ihr Träume habt, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr daran glaubt. Weil wenn ihr ganz fest daran glaubt, dann passiert das auch. Und das ist mein Lebensmotto. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.